Mein Name ist Florian Moser, ich bin Bildungsberater an den Bezauer Wirtschaftsschulen und ich möchte euch jetzt gerne die HILT vorstellen. Die HILT steht für vier Bereiche. Für Berufsausbildung und Qualifikationen, für Sprachen und Reisen, für Kulinarik und Gesundheit und für Natur und Freizeit. Die HILT ist eine der breitesten Ausbildungen im gesamten österreichischen Bildungssystem. Reisen, Wellness, Gesundheit, Natur und Outdoor, das werden die Trends der Zukunft. Mit einer HILT hat man eine Matura im Sack. Man kann auf sämtliche Universitäten in Österreich und international studieren gehen. Man hat zusätzlich die Konzessionsprüfung, könnte sofort selbstständig werden. Drei Abschlüsse im Bereich Hotel- und Gastgewerbeassistenz, Restaurantfachmann und Frau und Betriebsdienstleistung ergänzen die tolle breite Ausbildung. Was die Sache besonders spannend macht, man macht verschiedene Zertifikate wie Jungsommelier, Käsekenner oder eine Barista-Ausbildung. Und ich weise darauf hin, dass wir seit über 20 Jahren in Bezau Notebook-Klassen führen. Ich bin der Lukas Strolz, ich bin Absolvent der HILT in Bezau und ich habe mein Praktikum im Hotel Adel Einau, im Schlosshotel Fuschel in Salzburg und im Restaurante Cherie auf der kleinen italienischen Insel Cabraia gemacht. Nach einem Jahr als Koch beim FC Bayern München habe ich mich dazu entschieden, um wieder zurück in Bregenzau reinzugehen und arbeite seither im Spielhotel Schwanen in Bezau. Durch die vielen Praxisstunden und Praktikum ist mir der Berufseinstieg sehr leicht gefallen. Das Brutal Interessante ist, dass wir in unserer Schule bis zu fünf Fremdsprachen lernen können. Dazu zählen Englisch, Italienisch, Spanisch, Französisch und sogar Chinesisch. Was voll cool daran ist, dass man in jedes Land, wo man die Sprache lernt, dass man dort auch nicht reist. Wir gehen zum Beispiel nach Cabraia, in Côte d'Azur und sogar nach China. Wir können hier auch Zertifikate machen, in Englisch, Italienisch und Chinesisch. Das macht sich dann voll gut im Lebenslauf. Bewegung, Natur, Freizeit. Heilte, Bezau hat alles zum Wirt. Doch ist ein cooler Standort, Mitte in Bezau, in der Natur. Ist Pause und Erholung im Freien immer Hand in Hand eigentlich. Bewegung und der Sportunterricht ist auch bei uns was ganz Besonderes. Weil in der ersten Klasse geht man klettern, in der zweiten Tennis spielen und in der dritten sogar Golf spielen. Außerdem gibt es ein riesengroßes Autoangebot. Ihr könnt eine Ausbildung als Skilehreranwärter machen, einen Bikeguide oder sogar einen Wanderguide. Also wenn das mal kein Argument ist. Jetzt haben wir einen genaueren Inblick in unsere HLT übergekommen. Und wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr euch jede Zeit an uns wenden. Ich fühle mich wahnsinnig froh, wenn ihr euch nächstes Jahr hier an unserer Schule sehen würdet.